Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Viele von euch haben gefragt, ob auch zum LG G4 noch so ein kurzes Tipps und Tricks Video kommt und genau darum soll es heute natürlich gehen. Ich zeige euch in diesem Video die meiner Meinung nach besten und vor allem auch nützlichsten Tricks oder Funktionen des LG G4. Da gibt es nämlich einiges und es ist nicht so einfach, da unbedingt immer noch den Überblick zu behalten. Das Video richtet sich aber natürlich vor allem an Neubesitzer, die vorher noch nie ein LG Smartphone hatten. Gerade diejenigen, die ein LG G3 oder G2 haben, denen wird einiges vielleicht nämlich schon bekannt vorkommen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht's los. Wir beginnen auch dieses Tipps und Tricks Video wie immer mit dem Klassiker und das ist die Frage, wie macht man einen Screenshot? Das funktioniert hier eigentlich genauso wie bei allen Android Smartphones, allerdings kann es dann natürlich leicht zu Verwirrungen kommen, weil wir beim G4 ja an der Seite oben unten keine Tasten haben, sondern die wichtigsten Tasten hier auf der Rückseite. Ihr nehmt einfach den Power-Button in der Mitte und den Leiser oder die Leiser-Taste, also Volume Down und klickt die beiden dann hier miteinander. Das machen wir jetzt gleich mal. Also einfach die beiden hier miteinander klicken. Meistens braucht man da leider zwei Hände dafür, aber ihr seht schon, dann wurde der Screenshot aufgenommen. Ich kann hier rauf gehen und das Ganze dann eben öffnen, verschicken, bearbeiten und so weiter. Ist also eigentlich auch ziemlich einfach. Man muss nur wissen, dass die Tasten eben hier auf der Rückseite sind und dass man wieder die beiden miteinander klicken muss. Mein Lieblingsfeature der LG Smartphones, das nennt sich Double Tap to Wake. Was sich dahinter verbirgt, kann ich euch ganz einfach zeigen. Wenn das Ding gesperrt ist, die meisten kennen es vermutlich, tippt man einfach zweimal auf das Display, man kann das Smartphone entsperren. Das ist auch bei vielen anderen Smartphones möglich. Das Coole bei LG ist allerdings, dass man im ganzen System sich entweder eine freie Stelle suchen kann, hier auf dem Homescreen zum Beispiel. Das Ganze dann eben auch durch einen Doppeltipp wieder sperren kann. Oder aber, wenn ihr beispielsweise im Browser seid, wo es keine freie Stelle gibt, tippt ihr einfach zweimal hier oben auf die Statusleiste und das Ganze wird auch gesperrt. Wie gesagt, das ist hier wirklich im ganzen System integriert und vor allem diese Möglichkeit, das Smartphone dann wieder zu sperren. Das ist beispielsweise bei HTC noch immer nicht systemweit möglich. Insofern ist das meiner Meinung nach ein großer Pluspunkt für das LG G4. Ein Feature, das an Double Tap to Wake anschließt und nachdem ich auch schon einige von euch gefragt habe, das nennt sich Knock Code. Ich habe ja im Vergleich mit dem Galaxy S6 gesagt, das Ding hier hat keinen Fingerabdrucksensor. Es hat allerdings Knock Code und das ist auch ziemlich praktisch. Das Ganze muss man allerdings erstmal aktivieren. Dann kann man in den Einstellungen hier unter dem Punkt Anzeige, wir gehen zu Sperrbildschirmen und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Bildschirmsperre auszuwählen. Ganz klassisch entweder keine oder ein Muster oder einen Pin oder ziehen, aber es gibt eben auch Knock Code. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe hier vier Felder quasi und mache mir da eben einfach mein eigenes Muster und kann so das Smartphone entsperren. Also ganz einfach, ich kann zum Beispiel hier das Ganze einfach so machen, hier also diagonal, weiter, das Ganze nochmal bestätigen und dann ist das Ganze hier eingestellt. Wenn man das Ganze vergisst, dann kann man hier eben zur Sicherheit nochmal einen Backup-Pin eingeben. Ich nehme hier jetzt einfach mal 134. Der Einfachkeit halber, ihr solltet auf keinen Fall 1234 nehmen, denn das ist so das, was eigentlich am ersten ausprobiert wird. Aber dann kann man das Smartphone ganz einfach entsperren, indem man hier eben einfach dieses Muster hier ausführt, das wir eben schon eingegeben haben. Ihr seht es, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und vor allem wird es auch von LG-Smartphone zu LG-Smartphone immer schneller. Und das ist so auch eine ganz gute Möglichkeit, das Ding zu entsperren, weil es dadurch auch etwas gesichert ist. Meiner Meinung nach nicht ganz so sicher wie etwa mit einem Passwort oder dem Fingerabdruck, aber das funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut. Und ich meine, die Fingerabdrucksensoren, die sind ja auch alle schon umgangen worden. Das nächste Feature habe ich im Review schon kurz angeschnitten. Ich habe euch allerdings nicht gezeigt, wie man es denn aufruft bzw. da überhaupt hinkommt. Nennt sich Dual Window, ist meiner Meinung nach etwas von Multi-Window von Samsung kopiert. Das Konzept ist eben das gleiche. Man hat zwei unterschiedliche Apps gleichzeitig laufen. Wie kommt man da hin? Man klickt hier einfach auf den Multitasking-Button, hat hier dann schon die Möglichkeit, Dual Window zu öffnen. Das klicken wir gleich mal und dann habt ihr, ich glaube, bis zu 14 verschiedene Apps müssen es sein. Es sind leider bei weitem noch nicht alle Apps, die man dann eben gleichzeitig laufen lassen kann. Bei mir war das zuletzt der Browser und die Galerie. Das öffne ich jetzt auch wieder. Es braucht eine ganz kurze Gedenksekunde und dann ist hier eben beides geöffnet. Ich kann gleichzeitig surfen und hier eben mir ein Bild anschauen, beispielsweise wenn ich hier irgendein Passwort stehen habe und mich einloggen möchte. Kann das ganz nützlich sein. Man kann das Ganze natürlich auch in der Größe verändern. Dann kann man die beiden austauschen, dass das eine oben ist, das andere unten. Ich denke, die Systematik kennt man von Samsung. Es gibt immer noch nicht so viele Möglichkeiten wie bei Samsung, aber das ist meiner Meinung nach auch ein ziemlich nützliches Feature. Das nächste Feature finde ich wieder extrem praktisch. Beim Galaxy S6 gibt es sowas ähnliches auch. Folgendes Szenario. Euer Smartphone ist in der Hosentasche. Ihr seht irgendwas Geiles. Wollt schnell ein Bild machen. Ihr müsstet es erstmal hier aufwecken, dann in die Kamera einsperren, dann ein Bild machen. Dann kann die Situation schon wieder vorbei sein. Ihr könnt das aber auch anders machen, indem ihr hier einfach auf der Rückseite, die Tasten habe ich euch ja eben gezeigt, die Leiser-Taste Volume Down zweimal hintereinander schnell klickt. Das mache ich jetzt mal. Und dann seht ihr, wird ziemlich schnell schon gleich die Kamera hier geöffnet. Je nachdem, welche ihr natürlich eingestellt habt. Ihr könnt auch ganz einfach hier die Hauptkamera nehmen. Wir gehen dafür mal wieder raus, klicken das Ganze nochmal und dann landen wir hier eben wieder in der Hauptkamera. Das ist ziemlich praktisch. Es wird dadurch auch nicht irgendwie die Displaysperre umgangen, wenn ihr ein Passwort drin habt. Aber ihr könnt eben sehr, sehr schnell ein Bild aufnehmen. Das nächste Feature befasst sich mit dem Thema Apps sortieren bzw. deinstallieren. Dafür gehen wir einfach in den AppDraw. Und ihr seht schon, das Ganze ist hier etwas durcheinander, würde ich mal sagen. Man kann dann hier einfach auf diese drei Punkte klicken. Die Apps sortieren entweder alphabetisch, chronologisch oder benutzerdefiniert, so wie ich es jetzt habe, dann eben frei anordnen. Ich mache jetzt aber hier einfach mal alphabetisch. Und ja, na, wir gehen nochmal hin. Hier Apps sortieren alphabetisch. Und dann ist das Ganze hier eben mehr oder weniger alphabetisch sortiert. Zumindest hier Google ist ganz am Anfang, ist vermutlich so gewollt. Aber ansonsten seht ihr schon, ist das Ganze eben hier alphabetisch sortiert mit YouTube ganz am Ende. Also das ist auf jeden Fall auch ganz nützlich. Was ich aber euch vor allem zeigen wollte, ist die Möglichkeit, Apps zu deinstallieren. Dafür gehen wir auf Editieren, Deinstallieren. Und dann kann man beispielsweise hier sogar Stock-Apps gleich mit deinstallieren. Hier diesen ganzen Müll wie LG Smart World beispielsweise, da kann ich draufklicken, deinstallieren. Das Ganze wird gelöscht. Es ist leider nicht mit allen Apps möglich, aber mit sehr, sehr vielen. Zum Beispiel auch Quick Memo, der Radio-App, dem Rechner, Remote Call Service und so weiter. Also sehr, sehr viel, was ab Werk von LG vorinstalliert wird. Das ist auf jeden Fall auch ganz nützlich, falls euch diese Bloatware stört. Das nächste Feature finde ich wieder extrem praktisch, sollte es meiner Meinung nach bei allen Smartphones mit Onscreen-Tasten geben. Ihr kennt das beispielsweise, ihr geht hier in den Browser, habt hier eine App geöffnet und ihr surft. Aber es ist immer noch diese Leiste hier da mit den Onscreen-Tasten, die natürlich effektiv Platz wegnimmt. Viele Hersteller haben da schon einen Workaround. LG macht das ganz einfach. Wir gehen in die Einstellungen unter den Punkt Bedienungsleiste, unter dem Überpunkt Anzeige. Und dann seht ihr hier schon die Möglichkeit, die Bedienungsleiste zu verbergen. Und man kann dann eben auswählen, bei welchen Apps diese Leiste mit den Tasten eben verborgen werden soll. Wir nehmen jetzt einfach hier zur Demonstration Chrome, weil ich das eben auch geöffnet habe. Ich öffne wieder Chrome und ihr seht, jetzt sind die Onscreen-Tasten eben weg. Ich habe wirklich das volle Display hier zur Verfügung. Und wenn ich sie wieder da haben möchte, wische ich einfach einmal von unten nach oben und meine Onscreen-Tasten sind wieder da. Finde ich ein ziemlich geniales Feature. Das war noch nicht alles. Man kann mit den Onscreen-Tasten noch deutlich mehr machen. Ihr seht, man kann hier die Farbe verändern von schwarz zu weiß. Eben sollte selbst erklärend sein, falls euch weiß hier besser gefällt. Ist auch etwas energiesparender. Und man kann auswählen, welche Tasten hier alle mit dabei sein sollen. Bis zu vier Stück. Ich kann hier beispielsweise dann die Multitasking-Taste austauschen gegen irgendwas anderes. Hier zum Beispiel Dual-Window, Q-Slide und so weiter. Das war auch schon bei älteren LG-Smartphones möglich, aber ist meiner Meinung nach ein ziemlich geniales Feature. Muss man eben auch erstmal wissen. Ich kann hier beispielsweise einfach Dual-Window mit dazu packen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Was mich am Launcher des LG G4 etwas stört, das ist Smart Bulletin. So spreche ich das Ganze jetzt einfach mal aus. Wenn ihr eben hier vom Haupt-Homescreen zur Seite wischt, habt ihr hier diesen News-Stream, wo ihr Musik drinnen habt. Kalender, LG Health und so weiter, finde ich total unnötig. Ich finde es auch nicht schön. Soll etwas an Blinkfeed meiner Meinung nach von HTC erinnern. Das Schöne ist, man kann das Ganze aber auch ganz einfach deaktivieren. Dafür gehen wir hier eben in die Einstellungen unter Anzeige zum Punkt Homescreen. Dann habt ihr hier schon Smart Bulletin. Ich kann zum einen auswählen, was mir hier alles angezeigt werden soll. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mag Musik nicht dabei haben. Ich kann das Ganze aber eben auch komplett deaktivieren. und wenn ich dann zur Seite wische, dann ist hier eben nichts mehr. Hat jetzt eben kurz nachgeladen. Also auch ziemlich nett und gut zu wissen. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das einiges stört. Auch das letzte Feature dreht sich wieder ganz um den Lockscreen. Denn wenn ihr das Ding mal aufweckt, dann seht ihr, dass ihr hier fünf Shortcuts habt. Beispielsweise die Kamera, in die kann man direkt entsperren. Aber ich habe jetzt schon von vielen gehört, also viele haben mich gefragt, wie kann man denn das überhaupt ändern. Denn direkt auf dem Lockscreen kann man die eben nicht verändern. Und die fünf, die da so sind, die sind jetzt nicht unbedingt die, die ich persönlich nutzen würde. Also das sagen mir eben viele. Dafür geht ihr einfach in die Einstellungen. Dann habt ihr hier unter Anzeige wieder. Also ihr seht schon, dass die meisten Tricks haben mit dem Punkt Anzeige zu tun. Dann könnt ihr hier in den Punkt Sperrbildschirm gehen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Verknüpfungen auszuwählen. Ihr könnt auch diese Wetteranimation aktivieren und deaktivieren. Die finde ich allerdings sehr nett. Und ich kann hier zum Beispiel sagen, wer schreibt denn heutzutage noch SMS. Klicke hier einmal drauf und ziehe mir dann eben WhatsApp dahin, weil ich WhatsApp viel häufiger nutze. Ich speichere das Ganze. Ich gehe auf meinen Lockscreen. Und ihr seht, jetzt ist WhatsApp eben mit dabei. Und so funktioniert das eben mit allen Apps, die ihr installiert habt. Muss man auch erstmal wissen. Ist meiner Meinung nach ziemlich nützlich. Aber ja, das war es von diesem kurzen Tipps und Tricks Video zum LG G4. Wie das eigentlich bei allen Samsung oder LG Smartphones ist. Es gibt noch tausende mehr. Aber das sind meiner Meinung nach so die, die im Alltag wirklich was bringen, die ich persönlich oft nutze und ziemlich nützlich finde. Und ich hoffe eben, sie konnten euch auch etwas helfen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann natürlich nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.